Mein Name ist Nicole Jordi, ich bin schon seit über 10 Jahren in der Fitnessbranche. Mir hat dieser Kurs über das Funktional Training sehr gut gefallen. Es war cool, wieder einmal den ganzen Körper zu spüren und zu sehen, wie wichtig es ist, dass man ganzheitlich und in Bewegungen arbeitet und nicht nur einzelne isolierte Übungen ausführt. Emilio hat das super gezeigt und hat es auch sehr gut erklärt, auf was es darauf ankommt, zu schauen, was man wirklich gut anspannen muss. Und ich habe auch gemerkt, dass es einfach sehr viel mehr Spass, so zu trainieren und man muss viel, viel weniger Zeit aufwenden. Das ist auch das cool an dem Funktional Training.